... wird es keinen Moment länger ausgehagertet. Ich glaube, ich war... ... eigentlich, wer... ... Sie haben mich meiner Kleine belohnt. Der Herr Sporch, der Sie gebracht hat, gehört degradiert. Es tut mir leid. Hey, ich stehe jetzt da. Wiener Bohnen auf St. Helena. Sie meinen auf Wartanow. Bei Wartanow hat er die Schlacht verloren. Die Storchen ist auf St. Helena. Helena! Habe ich Helena gesagt? Ja! Ich habe meine Elm wiedergefunden. Bei demselben Ort, bei dem ich es verloren habe, habe ich es wiedergefunden. Jetzt kann ich endlich Schauspieler werden. Die Träne quitt, quitt, quitt. Sogar das Doppele habe ich wiedergefunden. Die Erde hat mich wiedergefunden. Bravo! Bravo! Herzliche Gratulation! Die ganze Welt nickt vor Ihnen. Laufen Sie, junger Mann! Laufen Sie! Los! Los! Sie wie ein Loch, wie ein Dead Prince! Was! Anges! Großen Sie! Schau! Ich bin angenehm. Ich bin angenehm. Unsere 400. Wo war es? Ich bin angenehm. Aber noch nicht, es ist es fach. Vielen Dank.